Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Terminator 4. Just like they're gonna be. Funkieren wird ein bisschen schwierig. Äh, ich hab keine Munition mehr. Doch. Hä, warum schießt denn du nicht mehr? Kraft das nicht. Ich brauche mal dringend Munition. Mal wieder. Wo ist denn hier was? Guck mal da vorne. Skynet! Geh Cover! Bei Fragen geht's um mal tot. Spider! Spider! Ich krieg die nicht flankiert. Oh, toll. Keine Muni mehr. I'm reloading. Ah! That was close. Was ist das? So, was hier noch? Ach, hier wär' ich auch rum. Äh? Ach, Idiot, hier hätt' auch hier runterlaufen können. Hm, egal. So, gibt's hier noch irgendwie Muni? Nee, ab und leises Video. So, let's call it a day and head for base. You know, we're safe. We need to change our perspective. He's got a point, Angie. Try and be less negative. Excuse me? That's not what I meant. Look, if we can get to the top of that building, we'll be able to see where all of Skynet's patrols are. We can plot a route back to Eagle Rock that avoids them. Are you sure it's safe? Angie, we're in a war zone. Hat er recht? Find deinen Weg zum Turm. Wieso steht da eigentlich, ich hab' 400 Schuss eingesammelt, hab' jetzt aber nur 200? Schau, Survivor, wir sind mit der Resistenz! Do you need help? Something's not right. It's a trap! Erkennt ihr das nicht? Keep him distracted! I'll take him out! Is it dead? Looks like it! That's the last of them! Nice work! Never seen Endos like this before. Looks like they're coated in some kind of rubber skin. It's an early model infiltrator. Designed to blend in with the Resistance and destroy us from within. Rubber skin on a T-600. Easy to spot. But the 800s, they'll have real human skin. What are you talking about? We should go before any more of them show up. Come on, Connor. What's an 800? What do you know that we don't? Tja, und die 1.01er Modelle erst. Achso, war jetzt irgendwie Munition. Zum Beispiel ein paar Grauen Nord hin. Skynets found us! Hide. Nein! Schieß doch mal den Typen da ab. Ihr seid doch da an der perfekten... Perfekten Position. Schieß doch da mal ruf. Ja genau, danke. Warte mal, hier komme ich da nicht lang. Klingt hier sonst noch was rum. Sehr schlauchig das Ganze hier. Hier ist Deckung, also... ...klar natürlich. ...klar. ...klar. Spyder Ich komme jetzt hinter die Was? Get rid of them! Na? Dreht euch mal um Was? Was? Ich will nicht mehr. Du schießt auch mal nach hinten auf die drauf Und jetzt den letzten Los, schieß Ah, hier kommt noch mehr Scheiße Oder 40 Schuss Mal eins Mal zwei Du schießt auch mal hinten auf die Wind Kann man die Alitialide machen? Danke Look at that thing, it's falling apart It's lasted this long It'll last another 20 minutes Ach, jetzt ist mal wieder Panzerfaust hier Vien geht's dann So much for not being spotted, huh? Take them out quickly Habe schon Habe schon Get your rockets ready, John It's coming back They snuck up behind us Where'd it go? Oh nein Where is it? Upstairs Upstairs, let's go Upstairs, let's go Stay away from me He? 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 Boom B Print Bm Alright, listen There's too many machines on the streets We'll never make it that way But I do have an idea Ja. Lass es hören. Union Station ist nahe. Wir benutzen sie, um in den Subway-System zu underground zu gehen. Und folgen die Straßen bis zum Eaglerrock. Denkst du, es wird da noch safer sein? Ich glaube, alles ist besser, als auf der Oberfläche zu bleiben. Besonders, das ist L.A. Niemand benutzt den Subway. Ich habe nur gedacht, wie schön es wäre, eine wirkliche Schmerz. Mit echtem Wasser. Nicht wie die Schmerz nach der Basis, wo die Wasser einfach rauskriegt. Ah, eine wirkliche Schmerz. Können Sie sich die Schmerzen ausfüllen? Frau, wir sind ein Team. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen diese Leute flankieren! Oh! Leave me alone! I'm reloading! I'm reloading! Schick du dann mal auf! Nice Work, Angie! Danke! Du auch. Wir müssen hurryn. Skynet weiß, wir sind jetzt hier. Wie alles per Zufall verbaut ist, dass man aber auch wirklich nur an dem engen Schlauch sich überwägen kann. Nehmen Sie sich zu erzeugen. Wir müssen diese Dinge flankieren, Leute! Warte, Leute! Ist da noch einer? Hier. Warte, mal vor, ist irgendeine Wumme? Warte, 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 warte. Nee, bin ich genauso bescheuert. Warte, warte. Warte! 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 Ich habe hier keine Granaten mehr. Und noch einer, weil es so schön waren noch ein paar. Ich habe hier keine Granaten mehr. Hallo, ich kann mal schießen. Ich kann mal schießen. Ich kann mich doch nicht alles machen hier. Ich kann mal schießen. Und noch zwei. Ich kann mal schießen. Ich kann mich nicht hören. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Golf von Oh Mann. Genau. Machen wir weiter. Aber erst im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich. Bye. 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 Bye.